Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video für die Sammelobjekte. Und diese Woche müssen wir Esel finden in Tierra Prospera und wo die stehen, das zeige ich dir jetzt. Ihr setzt euch eine Route oberhalb von dem Dirtweg und portet euch unten hin. Und wenn ihr da ankommt, da seht ihr auch schon den ersten Esel hier. Hier rechts oben steht der nächste und die sind hier überall verteilt. Ich würde sagen, ich sammle die mal ein. Im Übrigen, ihr müsst einfach die Straße hochfahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und damit sammeln wir den letzten Esel ein, haben die Aufgabe abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.